Warum hat man das Ganze gemacht? Weil man wollte eine feste Dachbedeckung haben. Also jedenfalls hier im Herzogtum Nassau. Bis 1823 gab es noch keine rechtsverbindliche Vorschrift. Aber dann hatte man aufgrund der vielen Hausbrände die Verordnung geändert. Und es war baupolizeilich vorgeschrieben, dass bei Neubauten oder Renovierungen eine feste Dachbedeckung her musste. Also kein Stroh mehr oder kein Riet oder keine Holzschinkel, sondern, und das war halt hier im Graub vorhanden, Dachschiefer. Das führte dann 1824 zu einer Blüte von Grubenneugründungen, die dann dieses Material, diese Dachsteine geliefert haben. Wir haben hier ein paar Exponate, die aus der Schausammlung des Wilhelm Herbstollen, die ehemalige Schausammlung. Wir haben hier einen Deckstein aus dem Jahr 1611. Dieser hier ist aus dem Jahr 1730 und er lag bis 1837, also 207 Jahre, auf dem Dach. Und er klingt noch gut. Diese Decksteine haben als ganz bestimmte Namen, Ortsstein, Anfangstein, Fußstein, Gebindestein, Wasserstein, Kehlstein. Für unsere Eins sehen die alle gleich aus, aber der Dachdecker weiß genau, welcher Stein wo zu sitzen hat und wie er zugerichtet wird und welchen Namen er hat. So ein Schieferstein gehört zur altdeutschen Deckung. Da hat jedes Teil für den Dachdecker seinen bestimmten Namen. Je nachdem, ob man von links unten nach rechts oben das Dach deckt oder von rechts unten nach links oben, gibt es also noch linksseitig zugehauen oder rechtsseitig zugehauen Decksteine. Wie man deckt, hängt zum Beispiel auch ab von der bevorzugten Windrichtung und Wetterrichtung, damit auch möglichst kein Regen und Wind unter die Decksteine fahren kann. Bis auch um 1900 wurden diese Steine auf dem Dach durch die Dachdecker zugerichtet. Die hatten dann auch so einen Zurichthammer, allerdings nur mit einer Zacke. Und dann sind die Kugel auf die Idee gekommen, wir machen das selbst. Das hängt auch damit zusammen, dass sie ja, als sie die Ordinalsteine noch an die Dachdecker geliefert haben, für den Abfall Transportkosten zahlen mussten. Und in dem Moment, wo man nur zugerichtete Steine geliefert hat, fiel also dieser Abfalltransport weg. Man hatte also mehr liefern können fürs Gleichgeld. Bei dem, was dem Berg entnommen wurde, war vielleicht nur 10% verwendbares Material für das Dach. Also der Abfall betrug über 90% und der musste ja irgendwo hin. Zum Teil, wir haben es ja schon gesehen, hat man ihn unter Tage gelassen in den Abbauten und hat die Abbaute mit aufgefüllt. In den Strecken musste man den Abfall aber nach außen bringen und irgendwo außerhalb entsorgen. Die einfachen Gruben haben dann Halten gebildet und den einfach, ich sag mal, in der Landschaft abgekippt. Hier, der Wilhelm Erbstollen hat schon früh, 1923, eine Schiefermühle gebaut und hat den Schiefer gemahlen. Und jetzt fragt man sich, für was braucht man gemahlenen Schiefer? Die erste Antwort ist für Schellackplatten. Heute bezeichnet man es als Vinyl. Erlebt ja eine Renaissance, aber die ersten Platten, die es ab 1900 gab und auf den Camophon liefen, waren halt Schellackplatten. Und als Trägergrundstoff war Schiefermehl. Auch Bakelite oder für Beimischungen bei Farben oder Kosmetika. Aber der Hauptzweck war für Beimischungen, für die Bauwirtschaft, also für Zement und andere Bindestoffe und aber auch grob gemahlener Schiefer als Füllmaterial für Straßen. Das Malwerk in Kaup hatte eine große Blüte. Es ist bis 1972 noch vollgelaufen und war noch bedeutender letztendlich als der Verkauf des Dachschiefers. Die Zurichter haben natürlich ihre Fähigkeit mit dem Zweizack umzugehen ausgenutzt und haben Kunstgegenstände produziert. Das hier ist zum Beispiel so etwas wie eine Tortenplatte. Etwa 5 mm dick oder 4 mm, planpoliert und dann mit einer Laubsäge diese Motive reingesägt. Hier steht der Spruch, unser täglich Brot gibt uns heute. Und das wurde hier in besseren Haushalten verwandt. Oder diese Blumenständer und dieser ist genau auf dieselbe Art und Weise gemacht wie diese Kuchenplatte. Und dieser hier ist nachweislich aus den 1920er Jahren von Wilhelm Erbstollen. So dass dieser andere Gegenstand hier aus derselben Hand ist und jetzt auch eindeutig zuordnenbar ist. Hier oben haben wir noch eine Schellagplatte mit der Kauber Nationalhymne des Elsland von Kaup. Auch Kauber Schiefer drin. Oder als Kreuz, Allgas hat man auch Schiefer machen können. Auch Kauber Schiefer. Auch Kauber Schiefer. Zum Beispiel Schiefer hat man auch Schiefer. ALLgas hat man auch Schiefer. Genau, das ist schon ein Blumenständer. Vielen Dank.